Herzlich Willkommen zu einem weiteren Livestream. Es ist jetzt gerade 16.34 Uhr und wir streamen jetzt gleich die Finals von der Freight Night gestern. Bei mir ist noch der Mr. Kamikmal, der Mindbuilder sollte auch noch zu uns stoßen. Hi. Ja, hi. Oh, ich mach mal eben meine Minecraft-Sounds aus. So, wir warten jetzt darauf, dass die Event-Server gestartet werden, aber in der Zeit wollten wir vielleicht doch eine Public Fight machen. Ich lasse ich mal einen. Team eingeladen? Okay, vielleicht fightet ja irgendjemand wegen uns. Ja, ja, mich hat schon einer herausgefordert, wenn der mal... Wähl aber keinen Private Warrior, ne? Warte, ich guck kurz nach dem Stream. Ja, der Leistung hat gewonnen, ist doch perfekt. Ja, gut, okay, da hat man sich halt doch nicht eingeladen. Vielleicht lade ich doch mal irgendjemand. Warte, ich lade mal irgendjemand. Komm her, komm her. Komm her. Ja. Oh, scheiße. Komm her. Jetzt renne er nicht weg. Oh, hier ist der Dach gelehnt, scheiße. Ja, dann warte jemand anderen, ähm, ja, oder vorher jemand anderen heraus. Ja, mich hat jemand anderes herausgefordert. Hier, ich lasse noch ein. Ja. Komm her. Danke. Okay. Warte, komm, dann nimm, fightet gegen mich, please. Oh, man, warte, wir müssen noch ein paar Sekündchen warten. Jetzt? Ja. Jetzt. Tier 2 natürlich, nimm mal die Arrow. Ich nehme natürlich kein Private, ich nehme mal, ah, ich weiß schon welches ich nehme. Doch, ich habe aber nicht, welches ich nehme. Ha, ha. Mhm. Ja. Schau mal, Arina funktioniert jetzt auch? Hoffe ich auch. Flick mal mehrmals drauf. Easy. Ich guck mal einen Live-Sieb nebenbei. und mit der einzige zuschauer dann mit ihr Ja Ja Ich guck mir auch mal eben den Chat Falls es zu spät wird, dann können wir halt nicht publikfreiten Genau Wenn das jetzt endlich starten würde Ja Ja Warte ich Na die Arena stattfindet Verziehungsweise Ja laut hier feiten wir schon Echt? Warte Hey da darfst du gar nicht angezeigt ne Moment ich guck schon in Einstellungen Da musst du kurz auf Livestream gucken Ähm in Optionen Aber der Livestream ist öffentlich Steht hier grad Also Ja Wir haben zwei Zuschauer Das hast du noch bestimmt oder? Naja Wir haben jetzt extra früh angemacht Damit wir jetzt auch noch ein paar Leute hier mitbekommen Was wir jetzt Livestream Gut Jetzt gehts Jetzt gehts ja Ach wir beide haben das äh Oh du hast das V4.M gewählt Oh ja Ja Ich krieg gleich ein paar schöne Sideseps rein Ja Ich würd sagen Ja Was wollen wir jetzt eigentlich noch machen Ja 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 Wie viele Sideseps denkst du bekommst du? Ja Du jagst einfach mal von Alle Modis durch Aber Ich weiß ja nicht wo die MG entschießt Kann ja auch sein dass meine MG Da äh ich Feuer Ja Ne ne Die schießt mittig und oben Ähm Artikel fahre ich jetzt nicht aus Braucht man nicht wird überbewertet Ja da Hallo Jo Ja Also leistest du nicht jetzt online Okay Ja Mal wieder willst du mit fighten? Ne gerade nicht Ich muss gerade was klären Ja Ja Luven hat gerade auch gemerkt Dass meine 93 da ist Das Protokoll Das ist ähm Einer der Gewinner der BGL 2015 Das waren noch Zeiten Das sagst du auch jeden Tag Ja Es waren halt auch noch die guten Zeiten Hm Ja Okay Ähm Ich darf ja noch bestimmt ein paar Leute umweiten Ja klar Da kannst du auch gerne alle entweiten Ich werde wahrscheinlich so kaputt gemacht werden 3 vs 1 Gleich gibt es 4 vs 1 Das waren noch Zeiten Jetzt müssen alle Jetzt müssen halt auch die da Das waren noch Zeiten Ja Das waren noch Zeiten Ja Das waren noch Zeiten Ich hab so das Gefühl ihr erinnert euch nicht mehr an die Zeiten Da wurde ja das Finale etwas viel später ausgetragen als die restlichen Fights Bist du ready? Bist du ready? Bist du ready? Junk Boy ich glaube ich läuft noch nicht nein ob du noch lebst die supporter sind ja ganz schnell auf pp hast du schnell mit wie kontrollieren ja heute noch einige leute online er feiert okay das normal etwas noch seine antwort war auch als ob du noch lebt etwas noch sagen wir können jetzt war ich gerade noch mal bei lumix ein Oh Gott, ich freu mich leider echt schon Malouf hat es ja erlaubt, dass wir ein bisschen Werbung machen dürfen, oder? Äh, wieso sollten wir für einen Server Werbung machen, auf dem wir spielen? Meine, guck mal, das ist doch schon Werbung, mehr Werbung als... als nur auf dem Server zu spielen, geht ja wohl nicht Bist du bereit, Chunkpoil? Jo, ich bin bereit Oh Gott, das fühlt sich so an, als wir gegen ein ganzes Team kämpfen Chunkpoil ist dein neues Team, wo du jetzt drin bist Ja, bestimmt Ist das euer Team Wargier, was ihr grad testet? Ja, bestimmt Ich kann ja jetzt nicht mit meinen Private Wargiers kämpfen, ne? Ja, aber du nennst es erstmal schön mein... mein V4, ne? Oh, der Typ wurde komplett gebannt, ne? Naja, im grad wird jemand erstmal gebannt, okay, warum nicht? Ich hoffe, die haben sie jetzt hier alle gut verteilt Ich werde so beschossen gleich Oh ja, oder gleich werden ganz, ganz viele Leute sterben, das weiß ich auch nicht Oh Gott, neiiiin Ich werde verrecken Wie oft wurde Heraphins weiterkontaktion gebannt? Zweimal, okay Ich werde verrecken Ja Also ich hab das Gefühl, ich muss denen jetzt während die Heraphins nerven Ich kann mir gut vorstellen, was sie vorhatten Sie wollten direkt deine Side-Steps, ja, ne? Und sogar die Rechte hätte ich sogar durchge... Ja, ne, hätte ich auch nicht durchgekriegt Boah... Schade, dass wir jetzt nicht das FN-Wargier hatten Der hätte Matt jetzt herlegt gewesen Mama, ich bin im Fernsehen, WGF Willkommen, Livestream Glucks, Moin, ist das jetzt Finale? Nein, das ist nicht das Finale Wir machen grad einen Public-Fight Wir warten aber grad darauf, dass die Events-Verwerber geöffnet werden Dann werden wir uns ein paar Fights ansehen Genau Und gegen dieses WG sieht mein WG voll klein aus So, wieder da, okay, Event läuft Event läuft? Oh, gut Event läuft Welcher Event-Server? Event 1 Okay, dann gucken wir uns von ISAR an Okay, dann gucken wir uns von ISAR an Kannst mal Lufen eben schreiben, dass... Go, du kannst Lufen schreiben Go, du kannst Lufen schreiben Okay, dann sagst du Laufen in diesen... ...Klauen schwarzen Klotz Oh Gott Na ja, okay Kampfmaschinen stimmt ja lang Damit den Walk ist heutzutage nicht mehr überein Klotz passt ja schon besser Kampfklötzchen Kampfklötzchen Stell dich mal vor, Killer fällt jetzt mal Blackfire mit Ja Ja, ich suche grad noch einen Platz, wo ich ganz gut gucken kann Komm hoch Ich bin für ISAR ISAR Da schwebt Lufen einfach mitten in der Arena Da schwebt Lufen einfach mitten in der Arena So, es ist jetzt 16.47 Ey, wenn das ja Roma ist Ich hab den ja letztens erst so darunter gesetzt, so richtig abzahlt Komm, geh runter Ich hab jetzt irgendwie schon mehr Ansturm erwartet Also, ich sehe SIXTHUS, DWA-DWA-DWFAN Ich sehe NINDA-PLAYER äh... Wo-m ist der Franz Und ich sehe... my turn 666 so black fight gegen interstellar interstellar hat nur einen fight und ihr müsst den glaub ich jetzt gewinnen was sind so eure favoriten ich bin ja eigentlich immer für interstellar ja also nein ich bin kein box fan go lucifer oh pixel spielt aha hallo pixel spielt toll junk boy du kannst nicht gleich fliegen ich kann gleich fliegen ja ich würde auch gerne fliegen ich kann es bestimmt flyer machen oder so vielleicht hätte ich für den namen noch mal umändern müssen auch da läuft gerade lang aus dem bild augenkrebs macht er da wo er hat er hat mich gerade hierhin gemoved wohin hat er nicht gemoved vielleicht vielleicht auch dahin ne ich glaube nicht ja jetzt kann ich hab hier jetzt unseren premium platz ne ich bin mit drauf da vorne steht junk boy hat isa schon mal gegen gp gekämpft so dann pflanze ich mich mal eben hin und oh cool oh nein die sind nicht unendlich die barriers ja ja moin ja feite mit feite für uns mit ja ok das ist ein guter platz also hier kann man gut zuschauen ja sehr schön frank boy feitest du für uns mit wieso dürfen da noch andere hin wer ist denn hier noch achso vielleicht streamt er ja auch den fight ja kann sein dass ich manchmal ein bisschen lag aber ich hoffe dass es nicht so äh kannst du den stream noch umbenennen äh ja natürlich kann ich den noch umbenennen dann würde ich dir jetzt mal schnell empfehlen den zu fight night stream um zu werden äh ja äh final fight of my battle offiziell 2 fps ja hey wake up äh wer hat mich gerade angestürzt soll ich final fights of my battle planet.net schreiben oder ja final fights der wgl äh fn ja klar ah frank boy guck mal in den chat ja was ist denn guck mal in den chat hat guck mal in den chat guck mal in server meldungen fn stream von warthelch lol äh ja 13 zuschauer geil stehe fort gleich habe ich irgendwie so 49 zuschauer oder so so jetzt habe ich den stream namen noch mal angepasst mhm so so mag noch mal ob er vielleicht zu unseren ths kommen möchte 16 zuschauer ich freue mich gerade was warum ich halt weil es im stream nur so wenig fps angezeigt wird weil obs zeigt mir an dass ich hier also eine gute bitrate habe ich habe eine bitrate von ja durchschnittlich 3000 30 fps und naja der stream hängt schon ein wenig ja also ich habe ja auch auf qualität gestellt also nicht auf eine gute verzögerung ja dennoch darf der stream bitte flüssig laufen wenn du auf qualität gestellt hat und nicht mit 15 fps im moment hätte ich noch zeit das umzustellen die beginn ja erst um erst später ok luke schreibt er gerade mit starten planmäßig um 17 uhr ok gut dann habe ich auch noch etwas zeit ich stelle das ja auch gerade eben um falls das wirklich so krank bleibt ich mache mir mal eine shader rein ja luven hat jetzt dafür gesorgt dass wir eine fight night haben ob luven wohl zuguckt frage zeichen so war ich hoffe jetzt heute zum zuschauer das 50st stück läuft ja gerade ich habe den stream auch nebenbei am laufen Ja, ich auch. Äh, nicht. Glaub nicht. Ja, der Stream läuft jetzt etwas flüssiger. Perfekt. Ja. Ja. Was steht denn hier gerade so im Chat? Wer Tag möchte bitte in den Chat schreiben? Minus. Du musst Minus in den Chat schreiben. Ja, das ist ja sonst keine Fight Night. Ja, Minus. Schreib Minus in den Chat. Gut. Kann mich mal. Ja. Hast du schon Minus in den Chat geschrieben? Ja. Okay, ich denke mal, das ist recht eindeutig. Mhm. Reicht dann auch wieder. Die kleine Kinder muss hier alles zurecht gefiffen werden. Ja. 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 Entweder wurden alle sofort gewandt, oder? Ja. Streamt noch irgendjemand? Na, ich glaub nicht. Ja. Du findest so ein Ehrenmann. Trankboy sag, wie viele Plans hast du? Äh. Kann man das mal nachschauen? Nein. Äh, keine Ahnung, kann man das mal nachschauen? Slash Coins? Nein. Slash Money? Achso. Mann, ein Internet-Error. Geht wohl ne. Geht wohl nur aufs Bauch. Okay. Glückwunsch, liebe Zuschauer. Ihr kriegt jetzt unseren Stream-Link und seht den auch im Video. Oh, 21 Zuschauer haben wir. Ja, langsam finden sich die Leute ein. Ja. Kann mich mal, du darfst gerne reden. Auch mal, muss ich sagen. So, und für alle, die jetzt erst eingeschaltet sind, das hier ist der Stream von Black, äh, das ist der Kampf zwischen Blackfire und Interstellar. Und das sind die Final Fights. Genau. So, ich bin ich. Ja, wir haben sehr viel Delay gerade gestreamt. Das stimmt. Hm, ja. So, ich guck doch mal eben auf die Uhr. Ich bin auch kurz auf K. Es ist jetzt 16.59 Uhr. Noch eine Minute ungefähr. Ja, ich werde hier schon auf der Tribüne zusammengeschlagen. Aha. Das sind ja nett, die ganzen Leute. Mhm. Mhm. Ich verziehe mich mal auf die obere Tribüne. Also, ich würde jetzt sagen, bei ISA läuft die, also kann es sein wahrscheinlich, dass die MG wie gestern nicht mehr läuft. Also nicht läuft, ich weiß das jetzt nicht. Junkboy, hast du den Stream-Chat ausgemacht? Äh, Stream-Chat habe ich nicht ausgemacht. Weil irgendwie kann keiner mehr schreiben, sagt. Also, mir wurde gerade geschrieben, dass er nicht schreiben kann. Äh, ich bin ich, nur für Info, der ist an. Okay, Kampf geht los. Okay, nun beginnt der Kampf. Okay. Hier steht wohl Groß Kava auf der Seite. Der Typ ist ja leider gebannt. Hm, Blackfire ist in dem neonfarbenen Wargier, was aussieht, als wäre es durch den Farbtop gefallen. Und ISA ist in dem blauen-schwarzen. Danke nochmal, Lufen. Mhm. So, ist jetzt auch ein Aktuell zum Ohr. Also, das passt. Du wirst darum gebeten, bitte den In-Game-Chat wieder anzumachen. Den welchen Chat? In-Game-Chat. Der Chat geht doch. Warte. Naja, nee, äh, weil irgendwas, ich bin ich, äh, ich hab grad Ecke. So, ich guck auch mal ab und so auf den Chat, um zu gucken, wer gerade so gestorben ist. So, jetzt, jetzt gehen da auch so, ja, jetzt gehen da ein paar Shots auf, bei Blackfire. Ach, ja, ich, ach, das meinst du, ich bin ich, ähm, ja. Kava ist gebannt, ja, leider, weil, ähm, also mir wurde die Geschichte folgendermaßen erzählt. Sein Team hat geklaut, also, es war auf dem GS geaddet und hat sich da was mitgenommen. Kava dachte, es wird, also, so wird es mir jedenfalls von ISA erzählt, also die Meinung ist jetzt sehr subjektiv. Ja, dann, war, früher war es halt auch verboten, wenn man auf dem GS geaddet war, sich da was mitzunehmen. Ja, dann hat Kava da ein Screenshot von gemacht, weil sich jemand was mitgenommen hat, hat den Lufen gezeigt und, äh, Kann man irgendwie, ja, das war dann halt verboten, weil er unter dem Grundstück geflogen ist. Also, ich glaube, wer jetzt weiterkommt, ist jetzt irgendwie doch schon recht klar. Ja, ich versuche das dann beim nächsten Fight, äh, irgendwie anzustellen, dass ihr auch den Chat sehen könnt. Tut mir jetzt leid. F1 heißt das. Ja, aber wenn ich in F1 gehe, dann, äh, kann ich es eben halt nicht machen, dass, äh, Ich bin nicht, wir kriegen gerade ein paar dumme Fragen rein, also bitte lass es einfach. Oh, Ninja Player ist gestorben. Der erste Tote. Oder? Der erste Tote. Ja. Oh, ein Mopsy. Oh, jetzt hat, äh, Blackfire nur noch einen. Okay, Blackfire ist wohl schon durch. Ich bin wieder da. Mhm. Hallo. Oma, was, was ist gerade los? Als, BF, bitte Schuss abgeben. Oh, 20 Zuschauer. Oh, neues. Ist BF schon, äh, Blackfire schon Takedown? Ja, Blackfire, also scheint so. Ich bin ja gerade eben nach dem, äh, Schuss aufgefordert. Ja. Also es scheint, kommt jetzt gerade keiner. Und es scheint, äh, kann ISA einfach durchfeuern. Mhm. Ja. Die scheinen nichts mehr hier zu haben. Ja. 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 Okay, ich hab das jetzt eigentlich mit der Überraschung empfunden. Ja. ISA hat halt gewonnen. Ja, ISA hat gewonnen, wegen Blackfire. Ja, klar. Mhm. Vielleicht tippen würde das so 1, 2, die Leute wahrscheinlich aus ISA vorbei. Äh, äh, noch gucken beim Screen, nebenbei noch gucken. Ihr könnt gerne mal zu uns in den TS kommen. Die von ISA, ja. Ja, ISA guckt doch sicher eigentlich. Das ging schnell der Fall. Das ging schnell der Fall. Das ging schnell der Fall. Ja. Und da läuft das einzig wahre Manu93 lang. Wer den noch kennt, der ist in der richtigen Zeit für unseren Kanal. Und das war's dann wohl auch für Blackfire. Ja. Also welchen Detlef wollte ich jetzt schreiben und ob er zuerst kommt? Das ging dem Detlef. Und dem Detlef. Vogel. Summon 2 HUB 1, 3 Loupen. Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt viel mehr erwartet. Ja, ich auch. Die 17 Zuschauer, joa. DJ! Ja. GG! Äh, weißt du. Ja, gut, super. Richtig, ne, war's Blackfire war das, glaub ich. Blackfire. Hier haben die überhaupt Schuss auf euch abgegeben. Die Fights sind jetzt hier so gestaffelt. Hier werden jetzt keine, äh, sich überlappen. Also GP, ähm. GP wird von uns zernommen. Guck mal kurz nach. GP fightet. Vielleicht klären wir uns sogar Platz 1. Der Fight beginnt erst um 17.30 Uhr. Die fighten noch nicht. Okay, ich würde sagen, wir könnten doch jetzt eigentlich einen Fight machen, oder? Ja. Jo. Also ich würde sagen, wie war's mit Muscle Fight? Wollt ihr, ist Muscle, was ist Klasse? Na, jetzt gibt's wieder Event-Server. GP-Fight. Gerade gegen Lucifer. Also in dem Fight ist, äh, GP klarer Favorit. Ja, ich guck da natürlich zu. Also das muss ich einfach mal streamen. Ja, das ist ein wenig wichtiger. Rüchte irgendjemand Masse vs. Klasse, ich hab Klasse WG. Achja, und, äh, für den Fall, dass ihr was wollt, schreibt bitte mich an und ich Chunkboy damit, dass, äh, ja, damit Chunkboy in Ruhe spielen kann. Also, wir haben hier von GP das Wort. Also, wir haben hier von GP das Wort. Okay, ich mach's Klasse. Ich geh mit den Masse. Okay, klar. Dann sind wir gleich wieder auf, äh, Arena und Fight. Also, eh, nee, es wird weiter aufgenommen. Ihr könnt, also alle, die jetzt gern mitmachen wollen, können jetzt kommen. Ja, dann warten wir mal ein bisschen, ne. Damit auch noch ein paar Leute hier kommen. Äh, in meinen Bildern, ne. Du hast bestimmt gar kein Problem, wenn ich das, wenn ich das jetzt mache, ne. Oh, nein. Komm schon. Du willst Masse vs. Klasse. Also, ich muss dir schon eine richtige Klasse auspacken. Ja, also, ähm. Ihr könnt jetzt gerne alle Arena kommen. Alle, die gerade Lust haben auf jeden Fall. Kommt einfach zu mir, ich lade euch ein. Okay. Ja, damit's auch nicht mehr so langweilig ist. Boah, die Leute hier alle weglaufen wieder. Ich sag nur so ungefähr fünf Minuten vorher auch. Ähm, wer, wer gegen wen. Entweite mal alle, die jetzt hier mit dir kämpfen wollen, oder? Ja. Entweite ihn mal und ich gleiche. Okay, also. Wir nehmen jetzt, wir nehmen jetzt einfach mal ein Remake und, äh, ich hab so das Gefühl, Ahara knallt jetzt gleich richtig rein. Okay. Der Fight wird noch nicht gestartet. Ja. 3 vs. 1? Nein, da kommt sicher noch viel mehr. Also, ihr könnt gerne zum Fight kommen. Alle werden eingeladen. Und ich wette zunächst, wird gleich die Musik zum Verstören anmachen. Ja. Äh. Ich müsste... Ach ja. Entweite mich mal, ne? Ach, das Sahara WG. Ja, Sahara, AKR. Steppenroller, AKR, whatever. Was ist der erste Präsentum angenommen? AKR, klar. AKR-Killer ist Killer. Ja. Ja, ja, ja. Also, wir fighten eben auf 4,5 von Alessio, beziehungsweise in einem Remake. Genau, das ist ein WG von Alessio, das haben wir geremaked. Ja. War das nicht das mit den furchtbaren Artis, die wir heute morgen im Livestream fixen wollten? Nein, das war das PV3, was wir da gemacht haben. Das Sahara hat Erinnerung. Das war das, wo Bug Power Dreadstone an den Artis waren, was wir gestern gefixt haben. Also, ich sag's nochmal, bitte alle Arena in den Fight kommen. In den Fight von mir und... Ja, aber es ist noch nur... Alle Team Channel sind da schon drinnen. Ja, ich rede ja von den Leuten, die jetzt in Streams zu gucken. Ach, du machst einen Stream? Ja, wir streamen doch, du Horace. Also... Oh. Hi YouTube! Lucifer fightet um 17.30 Uhr gegen Burken Parade. Soweit ich das weiß. Also... Alle in den Fight zwischen Renkopf, Deadpool und Reindruder kommen. Läst du es danach auch wieder hoch? Lieber Mainbuilder, lädst du es danach auch wieder hoch, dass man es immer schon kann? Dank voll. Ja, ich weiß nicht. Ich glaub, wenn ich den Stream beende, dann schneide ich die noch nicht. Mal zurecht, sodass ich alle Fights immer so gegliedert habe auf dem Kanal. Ja, Hauptsache, man sieht alles. Für immer. Ja. Okay, ich muss überlegen. Was sind das für komische Riesenläufe? Das waren mal Höhenstreus. Jetzt ins Innenhybrid und außen grauenhafte Akzeptier-Lupfstichs, halt Public-Lupfstichs. Ja, ich bin ich, du bist im Stream. Ja, ich bin ich, sollte langsam mal die Kloppe halten. Okay. Also, wie gesagt, jetzt kommen bitte noch... Alle, die jetzt machen wollen, können jetzt gerne in die Arena kommen, ich bin für einen Moment weg. Ja. Ja. Es geht los, wenn... Naja, für uns geht's doch nicht los. Ich glaube, wir werden alle sofort von der Acht-Loch gejagt, oder? Acht-Loch? Was für ein Acht-Loch? Zehn-Loch. Ja. Oh. Auch nicht besser. Okay, warte, ich stell jetzt erst mal ein. Die Tür in meinem Ausguck, die lassen mich nicht rein. Die mögen mich nicht. Ja, äh, mein Bild ist kurz weg. Wer, wer ist eigentlich, äh, Kampf-Lieder von Team Blau? Ja. Also, ich sehe, es ist noch keiner zugekommen, also würde ich sagen, wir machen jetzt ready. Ja, machen wir jetzt ready. Also, zunächst, wenn du soweit bist. Ja. Oh, ja, toll. Okay, das ist jetzt ein bisschen unwitzig, dass die jetzt zu früh starten. Ja, okay. Dann gehe ich jetzt Event 1. Okay, ja. Zunächst, du auch, oder? Toll. Rechnen wir jetzt ab? Ja, ich falte. Okay. Okay, dann mach ich jetzt schnell ready. Ja, ich muss, äh, es einfach einstellen. Hast du das im... Okay, dann ist der Fight ja... Okay, äh, dann machen wir's gleich nochmal im nächsten Fight. Ja, wir haben auch ein bisschen zu lange gewartet, bis der Fight losgeht. Nimm dir das gleiche WG, weil dann kannst du mir die Einstellung direkten. Ja, okay. Ja. Ja, okay, dann schreibe ich mir die hier auf. Wow, wow, jetzt bin ich fast runtergesprungen. Ich hoffe, ich hoffe mal Ibim, sein Unicorn, guckt den Stream. Ich bin Wasser und Drinks. Ich muss Manu93 noch nerven, dass er bitte mal mir das, äh, wie hieß das, ach, wie hieß das Kackteil damals, äh, Sandman geben soll. Also wer sich noch erinnert, Respekt. Das war WGL 2015. Das waren noch Zeiten. Ich bin dann noch in der Fall. Ich hab' ein bisschen hoch, wenn er drückt. Ich bin dann noch in der Fall. Ich bin dann noch in der Fall. Ich bin dann in der Fall. Ich bin dann noch in der Fall. Okay. Ah, ich hab grad das alte Finale gefunden von 2015. So, im zweiten Netz fahren die erstmal die Spiele aus. Okay. 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 Okay, GP schreibt gerade den fehlten Fighter. Wer fehlt? Ich guck mal schnell nach. Ja, whatever. Ähm. Könntest, äh, mein Bilder? Ja. Kann ich erst zu Lufen kurz fragen, ob er mich in Game Out 3 setzen kann, weil ich möchte es halt so haben, dass man halt die Hand nicht sieht, aber den Chat lesen kann und das Scoreboard sieht. Das ist halt ein bisschen blöd so mit der Hand und dem, mit der, äh, Bot-Spaß. Ich frag Lufen mal kurz. Nein, kann er nicht. Okay. Wir rufen wohl unseren Screen, guckt? Okay. Keine Ahnung. Tunex, sag mal was. Tunex. Tunex. Also jetzt nur noch, äh. Spann mich mal, du bist ja jetzt wenigstens da wieder. Ne, dann scheint auch nicht. Zwölf Minuten noch bis weitbeginn. Ja. K.P. wird eindeutig, ich glaube K.P. wird gewinnen. Eindeutig. Die mussten ihre Schilder nicht ausfahren. K.P. ist noch nicht geschwächt. K.P. wird eindeutig, ich glaube K.P. wird gewinnen. Eindeutig. K.P. 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 Also ich denke mal, hier ist klar, GP ist klarer Favorit. Die haben ja ne 12 Loch und ein Sandschild. Das hält soweit eigentlich alles ab. K.P. 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 Also in dem Fall bin ich sogar so frech und würde einfach mal sagen, dass es garantiert ist, dass es GP gewinnt. Aber naja. Da gab es ja gestern auch schon eine negative Überraschung für die. K.P. Also ich bin jetzt nicht zu sicher. K.P. K.P. Okay, noch 10 Minuten, toll. Okay, ich würde sagen, in den 10 Minuten machen wir jetzt ganz schnell einen Fight. Schönex. Huh. Schönex. Na, wir wollten ja eigentlich Masse gegen Klasse-Falter oder so aufnehmen. Naja, okay, dann nicht. Ich würde jetzt nicht 10 Minuten da rumstehen. Na, doch würde ich schon tun. Okay, dann stehen wir jetzt 10 Minuten auf Event rum. Schönex, überleg dir irgendein Gesprächsthema, denn das wird lange dauern. Was hat die für... Das. Okay. Okay, zunächst ist jetzt geflüchtet. Lufen steht da einfach mal auf dem Sandschild rum. Die Lufen ist gerade auf dem Sandschild von GP. Ich suche mal ein anderes Lied raus. So langsam dauern, dass er überlegt. Lied einbrauchen. Latschild rum. Lied einbrauchen. Das sieht unsere Livestream ganz laut an. Das ist nicht so gut. Also, ich würde jetzt einfach mal, ähm... Was wollte ich jetzt sagen? Kacke. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ähm... Wogegen Ende könnten wir vielleicht noch ein paar Planets verlosen. Ja. Äh. Ja, ich würde noch mal gerne deine Freundschaftsantrag haben. Ähm. Bei Fightbeginn, dann schalte ich den Chat auch wieder ein. Lass den Chat auch einfach laufen. Ja, okay. Also, warte, wie lange muss ich jetzt noch mal labern? Äh, ich glaube, bis 20 Uhr. Ich hole mir was zu trinken. Okay, dann bis gleich. Was? Spö, wen bist du? GoGP. Ich bin eigentlich, äh, relativ, äh... Äh, neutral, also... Die Zuschauer können ja mal reinschreiben, für wen die sind. Ja, ihr könnt ja mal reinschreiben, für wen ihr seid. Doch, ich würde sagen, am Ende verlosen wir noch Planets. Und ich bin übrigens wieder da. Hm, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel ich gerade habe. Wir können ja zusammenlegen. Gut, ich habe mir neulich ein GS gekauft. Ich habe noch knapp 800. Ich habe noch 500. Ja, dann sage ich mal 4000 Planets werden verlost. Ja. Ungefähr. Was sollen die in den Chat schreiben? Mein Bilder? Ja. Wie losen wir das denn aus? Ähm, ja, jeder, der mitmachen will, soll irgendwas in den Chat schreiben und whatever. Dann picken wir uns irgendwo aus. Ähm, ich gucke mal, ob es Zufallsgeneratoren online gibt. Ja, um halt, äh, ja, 4000 Planets, ne? Und doch, da. Ganz gut gefunden. Hab was gefunden. Tatsache. Aha. Dann, äh, würde ich sagen, schreibt mal alle, äh. Na? Verlosen erst am Ende. Achso. Na, sie können ja jetzt schon mal so ein Chat schreiben. Können es ja so machen. Oder wer mitmachen will. Ja. Erst am Ende. Im Finale. Also SpaghettiFNA. Ich nehm mal eben den Shader raus. Wird von anderem rein. Okay. Ich denke mal, Mr. Franz geht davon aus, dass ich aufnehme. Er hat, äh, er hat jetzt ein Untergesicht. Was hat er? Ein Untergesicht. Ein Untergesicht. Ein Gesicht in dem Hals. Das kennst du doch. Ja, kenn ich. Ich bin doch Zombie. Muss man doch kennen. Ja, kenn ich. Aber er hat jetzt dein Untergesicht. Er hat ein Untergesicht. Aha. Ach, da ist der, mein Bilder. Nein, komm mal wieder zurück. Hab ich gesehen. Da. Und da wurde das, und da sieht man ein Junkboy, was in der Arena eingesperrt wurde. Ich komme hier nicht mehr raus, Hilfe. Und falls da irgendwer vom GP gerade zuguckt, könnt ihr ihn bitte mit einem Sidestep, also ich denke mal, wenn ihr zwei, drei Sidesteps verschwendet, wäre es bei dem Gegner jetzt gerade nicht so schlimm. Könntet ihr dem ruhig mal, äh, könntet ihr die von der Tribüne hier wegpusten. Ach, ihr fällt gerade ein, wie ich das machen könnte, dass ihr den Chat sehen könnt, aber meine Hand da nicht im Weg ist. Ähm. Äh, ich kann den Chat ja skalieren, dass er nicht mehr so groß ist. Ja. Oh, und die Höhe, oh, die Höhe könnte ich noch machen. Was hat der Typ jetzt wieder genommen? Oh, ja, Skalierung könnte ich aber eigentlich noch ein bisschen größer machen. Oh, Steuerung, Chat-Einstaurung, wieder auf 75. Also, wer will, hier kann man sehen, dass die PvP-Community nicht unbedingt zählen kann. In so einem Fight nehme ich dann auch den Shader wieder raus. Ah, Lehan, Fer, X, da, äh, ich bin aufs GP. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Go, GP, go, GP, GP, GP. Ich denke mal, mit der Arena muss ich dich jetzt nicht erinnern, aber okay, ähm, also, ich würde sagen, du konntest sicher ja sich einfach mal so Junkboy mit der Sidestep von euch wegschießen. Ich meine, der steht da ja gerade ganz günstig, wäre lustig. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank meinen Bildern, ne. Ich weiß gar nicht, geht's mit dem Bow? Sollte doch eigentlich gehen, ne? Ey, wer einer schießt mich gleich mit dem Bow ab. Generalrockets. Sie packen jetzt den Simon aus, ja. Ist ein bisschen peinlich, denn gerade eben wird angezeigt, dass ich nur 13 FPS habe. Äh, ja, nehme ich ihn lieber raus. Oder eben auch einen internen Shader rein, das sieht wenigstens alles besser aus als ohne. Oh, hat begonnen. Oh, sieht doch vielleicht viel besser aus. Oh, das sieht doch vielleicht viel besser aus. Das ist jetzt 17.30, ich dachte, ich hätte gerade eben gewonnen. Mal sehen, wer es gewinnen wird. Hallo, Eben, sei es Unicorn. Drunk, wo ist die Kamera? Ich zeige ihm alle mit der SS-Watt. 16.30, los, go, fix. Mit meinem Shader sieht das so witzig aus. Mit der Grazentorno so im Mondlicht schwebt, wie so ein Heiliger. Grazentorno, oder? Keine Ahnung. Glaub ich schon. Und ich sehe gerade, Lucy war einen richtig fetten Stich dort in der Mitte. Ja, ich würde sagen, bei dem bleibt es nicht. Und falls du es nicht siehst, da sind zwei mindestens. Ja. Syri, alles gestorben. Ja, doch, war ein Volltreffer. Der war wohl an der SRS. Ja. Oh, und da kommt ein Side-Step rein, bei Lusfer. Und da sind auch welche gestorben? PvP-Killer und Brat 22. Ja. Jo, Palas Arschl ist auch gestorben. GG, also kommt dieser Fight jetzt beendet. Ja, meine Voraussage. Sie haben gegen Gurkenparade, Gurkenparade gegen Lusfer gewonnen. Ja, meine Voraussage stimmt absolut. Und lieber Verrexter, du hast was vergessen. Junkboy steht immer noch auf der Tribüne. Okay, das gibt Pipi mal wieder ein paar Minuten. Nein, Syri, deine LS hat nicht gefaced. Deine LS hat einen Stich reinbekommen. Dein Stream lag, das dauert leider bisher aktualisiert. Ja, es tut mir auch leid. Ich habe eigentlich beim nächsten Stream wollte ich das noch umstellen. Ich guck mal gerade. Ja, ich habe gerade normale Latenz. Also hier steht, ähm, am besten geeignet für qualitativ hochwertige Wiedergaben durch den Zuschauer und höhere Auflösungen. Also ich habe halt, ähm, auf bessere Auflösung gestellt, den Stream. Ihr könnt den auf 1080px gucken, also auf Full HD. Naja, dann sollte ich vielleicht auf niedrige Latenz am besten stellen beim nächsten Stream. Also am besten geeignet für Interaktionen, die fast in Echtzeit erfolgen, mit minimalen Stocken bei der Wiedergabe. Ja, das mache ich dann mal am nächsten Mal an. Genau. Oh, mal wieder viel los. Wie viel sind wir heute hier? 63 Leute haben sich hier eingefunden. Und wenn man Tab drückt, dann sieht man nichts mehr. So war das früher immer. So war das früher immer. Wir gehen jetzt schon mal... Okay, also... Also ich wähle jetzt schon mal auf. Kommt einfach in die Arena. Welche Arena nennst du, kann mich mal... Ich habe Olympia genommen. Okay, dann sehen... Also dann könnt ihr gleich gerne in den Olympia-Fight kommen. Mein Bilder. Ach, jetzt geht's wieder. Okay. Ja, jetzt geht's wieder. Sorry, wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Wir entschuldigen uns für PP gerade erst mal noch. Okay, jetzt werden wir teleportiert. Ja, jetzt... Ach, ich habe... Ich habe... Slash... Mann, ey... Kann sein, dass er streamen gerade etwas laggt, aber das kriegt sich wieder ein. Okay, ach... Komm schon, Manu. Dann lehnt der einfach ab. Gar nicht. Also, wie gesagt, in den Fight Olympia-Kommen... Dann laden wir alle ein. Ja, äh... Ich habe alle eingeladen. Da sind... Manu hat abgelehnt. Falls... Falls du gerade zuschaust... Bitte. Das WG Alessio von V4,5. Und ich muss gerade eben nochmal... Komischerweise... Ach so, nein. Äh... Erster Live... Warum heißt er... Stream noch erster Live-Stream von Wartech? Weiß er nicht mehr. Ach so. Wurde nicht abgesehen. Deshalb... Falls Manu gerade zuguckt... Bitte. Ich brauche das Sandman. Ich brauche das Sandman. Ich will das Remake nehmen. Okay, ich finde ja hier in diesen Ketten... Besonders die schwebende Elemente sehr toll. Ja. Minecraft keine Rückmeldung. Na toll. Kein Wunder. Ich habe mindestens 80 Programme offen. Jetzt besser. Ach komm schon, Mann. Okay. Okay. Bim Rockets, freu dich. User joined your channel. Hallo. Guten Tag. Hallo zunächst, komm mal schnell Arena, wir machen gerade den Masterworks Classified, du hast mir leider verpasst. Oh, ich komme mal. Okay. Dann musst du wohl gleich auch wieder deinem Bruder mit der Tastatur helfen. Okay, Rocket flüchtet. Kannst du auch nochmal Klasse auswählen? Gleich, ja. Oh, das wird lecker. Das ist da, wo er gestaltet ist. ale